Oh ja, du und seit zwei Argumenten, hör mal auf! Es reißt aber ein wenig, meine Güte! Ja, die sind einfach nur ausschlaggebende. Ja, toll, die kann man auch nicht mal sehen. Und anspion, wieso hängen die so weit nach unten, oder? Ich weiß es nicht, das musst du alles nur fragen. So. Ja, mich lässt du dich allein, hä? Achso, ne, wo kann ich schon sagen. Ich hab dich nicht mehr gesehen. Ich glaub, ich sollte dich nicht mehr allein lassen, wenn du dich das schon denkst. Ja. Ich mag nicht alleine sein. Es gibt mir noch Mühe, ich level so schnell ich kann. So, okay, dann folge ich dir mal. So. Und danach gehen wir mal, äh, gehen wir mal nach Caregate, Meister, PvP-Zone. Ah, so, ja, okay, alles klar. Och, ich glaub, da muss ich als nächstes sein, kann das sein. Mit Level 23 kommst du dahin, ja? Immer geil, dann ist das ja bei so weit. So, erstmal willkommen zurück. Bei der neuen Scarlet Blade Together Folge. Mit Holy Bell. Und Blondine. Und Blondine, genau. So, und mit mir, meine Richtigkeit. Ich bin viel schöner. Eine Blondine. Jeder, jeder mag Blondine. Banny ist besser. Ja, das, 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 das. Okay, du hast gewonnen. Ich hab bessere Argumente, so. Oh, ja, du, seit zwei Argumenten, hör mal auf. Das treibt aber ein wenig. Meine Jüde. Ja, die sind einfach nur ausschlaggebend, ne? Toll, die kann man auch nicht mal sehen. Oh, dann schmiert. Wieso, hängt die so weit nach unten, oder? ich weiß nicht, das musst du Hages nur fragen Scheiße, Scheiße Oh, oh, oh Mal sehen, ob er nur eingeholt kriegen Wieso, was gibt es denn da für Punkte oder was? Oder wie? Ja, ja, ja Man nimmt dich viel EP Da ist er, ich hab ihn wieder Ich folge dir unauffällig Wieso kann man eigentlich nicht hupen, das find ich blöd Ich will rupen Mach doch Mäb, mäb Ah, schweiß nicht viel Der rennt weg, hä? Das gibt's doch nicht Bis klappt das still Ja, endlich, ey Nur das Drecksding da Oh, time to die, my friend Tot? Ja, wird So, irgendwas hat er liegen? Ja, ich hab's schon genommen Darf ich auch mal erfahren, was es ist? Ah Du kriegst gleich so'n Ding Achso, achso, okay Gott, ist das schlimm, ey Das kriegst du auch jedes Mal von Automatik-Quest-Terminal durch die Daily Quests Das ist der Typ, der die 100 Rank Points gibt Genauso'n Ding lass' ich Ah, ja, und da durch, wo ich mithelfe, kriegst du nur alles allein, wa? Was, das ist, das ist, also nächstes Mal mach' ich doch lieber Teamführer, dann machen wir das und dann tun wir dich mal komplett aufgeben Oh! Du kriegst einfach zu viel, du nimmst ja einfach alles zu viel Das stimmt, das stimmt Da brauchst du dich nicht wundern, wenn ich immer auf der Strecke bleib, wenn du jedes Mal alles holst. Wenn ich dann auf der Strecke bleib, warum bleibst du auf der Strecke? Ah, Gott. Ein Glück, dass ich jetzt den neuen hier gefunden habe, oder der mich gefunden hat. Ja, richtig. Der ist wenigstens ein bisschen normaler. Ja, komm, sprich dich aus. Normal ist so langweilig. Ja, ja, ja. Aber da glaubst du wenigstens nicht so viel wie du. Was heißt denn, der Clown? Ich habe auch ein Recht auf das Item, also auf der Strecke. Ja, du hast schon... Du hast schon alle Recht, doch. Du hast alle Recht auf das Item angeboten. Du hast es einmal schon bekommen, also das nächste Mal hätte ich eigentlich bekommen können. Dürfen. Aber nee. Hargistore ist sehr geizig und gibt nicht gerne was weg. Ja, ja. Geiz ist geil. So, fahr mal jetzt hin. Beide. 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 Ah, wir wollten das Caregeld, genau. Ah, wir wollten das Caregeld, genau. Warte, ich bin nur... Ah, warte doch kurz. Ich bin gleich level. Bin gleich level. Ja, ich bin bei level. Ich bin bei level. ja dann helfe ich dir noch wenn ich dich nicht aus den Augen verlieren Na ich fahre gerade zu wieder zu Mutantenfüchern die Mutantenfüchern ich muss mir mit der Arm angeketteten Frau reden warum ist die eigentlich angekettet? Max warum die angekettet ist? du weißt dass man ihre Nippel sieht das war ich nicht eher warum man ihre Nippel sieht ohne es bei jedem Charakter siehst du die Nippel wenn du genau hinguckst beim ersten Charakter scheuer als bei ersten NPC wenn du am Anfang sprichst wieso fährt er denn so lange? ich verstehe nicht das habe ich dir schon mal erklärt guck dir die Videos ja ich weiß ich weiß es geht einfach auf die Nerven warum machen sie das nicht anders warum machen die hier nicht Flugviecher hin und damit können sie einfach überfliegen das wäre auch mal eine Idee Flugzeug flug einfach ab flugzeug so ein so ein Hydrajet oder was soll ich noch irgendwas ja was soll ich noch gar nicht mit Jane müssen wir mal aussprechen Daniel ja bei mir ist ja direkt erstmal am Stühlen malhin bei mir auch ich bin ja da ich bin ja da aber nie ist das Spiel auf siebten und Stühlen bei der Kanad von kann ich kann ja man kann perfekte Spiel für die alle dafür alle dafür alle warum fährst du jetzt nicht mehr weiter komische charakter verstehe mein körper einwilligen so zwei gute aussichten bei mir hier was musst du jetzt machen ich muss irgendwo hinfahren lokal james storage kräht hast du keine krägten mehr nach an ja noch an das ist das ist scheiße ich kenne auch lieber anstatt zu fahren der kiste wenn das so ist ein echo-zone in grunde da wo wir gerade runtergekommen sind dann hier wo wir den spion gekillt haben auf der ecke ungefähr und der stadt umgekehrt also ich habe nur ein point der löser nicht ich habe mir damals darf meine mission aus ich kann nicht falsch waren einig das dürfte ich nicht der spiel kaputt mein gott wir haben ein spieler spiel wir haben einen fehler im spiel gefunden die entwickler verklagen haben wir letztes mal auch schon ich war nicht fest ja nachdem hat er jetzt auch neulich den gleichen pack wirklich genau die gleiche ecke die die quest nicht zu lösen ist in der quest einfach verschwindet hey da vorne liegen items erst mal hin erst mal hin erst mal griezen sagst du erst mal griezen erst mal griezen doch das macht schon was aus also man merkt dass du sehr schneller bist weil du bist nämlich jetzt schon hinter uns ne ich hab auch ne abkürzung ich hab auch genau übers Feld gefahren ist halt außen rumgefahren also ja ja ich fahr so wie mir das vorgeben wird ich kann nicht hören PC ist nicht so wie ich meine Welt kann man sagen wo ist dieser scheiß kiste da vorne wo vorne da vorne da vorne aufhauen muss ich draufhauen ich weiß es nicht nun fahr doch einfach hin mit autotravelling ich doch das war die falsche kiste nein das ist nicht aber jetzt aber ich hab dir gesagt ich hab dir gesagt mal einfach autotravelling und brech das nicht ab oh na wow endlich doch jetzt nach cargate fahren also mitkommen ja ich muss nur noch ganz viele mission aktivieren ja mit 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 kommen und du folgst mir immer noch oder was richtig ja kommt ihr mit oder was ich stehe hinter dir ja ok ich hab doch immer keine Mission ist das Problem hmmm oh 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 das werde ich nicht überleben nein nein ich kann euch nicht mehr folgen scheiße hinterher ihr kommst jetzt oder was einfach runter springen ich bin dabei ja ich bin dabei so ach nur mein halbes Leben weg das ist ja das ist ja immerhin na wie viel Leben hast du denn bitteschön hä wie viel Leben habt ihr eigentlich ich hab doch vorher gemacht was will er denn 1.697 aber ich hab auch grad die Pullen aktiviert deswegen hab ich bisschen mehr ich hab ich hab 1.793 ohne Pullen so ein Tank ja und lass mich in Ruhe wieso bin ich jetzt vom Motorrad runter ja ich bin ich auch in Ruhe gefangen ins Wasser ok ich bin mit dem Motorrad runter gesprungen hier ich bin ja warum folgt denn ich hab doch auch auf Kuh gelegt so eine Scheiße ich mag das System nicht ich bin 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 Optik aber ich bin glaube ich bin 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 sind mit allein mir рафische sprache splanner wie ihn lief nicht genieße das Wasser es ist so feucht was denn es ist doch war nur die Zustände des Wassers Rücken im Liebster gegen wieder vereint und mit Prozent die Paragraphen er hat da Wünschen Wünschen statt Wüthel damit er mit Mokum das ist ja nicht ja Prozent da du einst abgehängt wird es ist ein Auge für die Zeit der Kiel auf die wir haben wir haben er wird umgekehrt das ist ja so weit war ein gehalten um um wo es nachvollen sogar was ist er ist so gut vorliegen er war da er wird unter ich will gar nicht was ist denn bei mir Kuh Kuh ist bei mir gar nicht, das ist so richtig nein, das ist Kuh Ende Oh, mein Pferd hat gelevelt mein Pferd ist bei Down ich weiß auch nicht warum ich weiß nicht so, jetzt nach Caregate oh, ich hab ein Update Datafit kann ich einfügen, aber ich hab keine Scheiße wohin? Caregate-Ginger so oh ich bin total wach, ach die Scheiße Sonne kommt jetzt zu mir, es war ekelhaft geh weg Sonne so, jetzt auf der linken Seite mit äh wie heißt sie? Kess sprechen allen Bedürfn, mir nahe jetzt noch ach, ich kam dieses Spiel an aber jetzt 2 1 los, ach, ja, ach, cool äh wohin zu Cap? oh, wir müssen uns bei allen gleich starteten Escort-Quest ja, wo bist du, da, 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 da ja, ich hab doch schon, ich hab doch schon ja, der Fall ist an, Alter ja, mach ich's ja, mach Helder und dann umdrehen und mitkommen ich hab' und auch, Muppert komm ich hab' schon so schnell ich kann was, wenn du ich kann mich schneller so, jetzt hab ich alles komm mit die Hagel zerläuft, da steh' mich gerade so, hier, dann mit denen sprechen bei dieser Kurs die Berge dieser Kurs die leitungsvolle er heißt er kann ich kann nicht mehr reden er war ja gleich wieder verschwindet was auch vor der Kumpel wieder und der Typ aber alles will also was kaputt gemacht ja auch ich kann nicht mal eine annehmen was da hinten wird Nimm den oberen an. Supply Ding ist da. Habt ihr den? Äh, nein. Irgendwie noch immer nicht. Behind the Shadow? Beheilt euch, weil der Quest startet jetzt gleich. Ja. So, die letzte angenommen. Ich hab alle angenommen, so. Ja, du sollst dich alle nehmen. Du sollst nur den oberen annehmen. Ich hab alle angenommen. Ich kann die bei mir gar nicht annehmen. Warum auch immer. Los, Erzieher. Ups, da ist die Noomi. Du sollst hier hin. Du bist an der falschen Erkenntnis. Ja, ich komm her, ich komm her, ich komm her rüber, ich komm her, ich komm her, ich komm her, ich komm her, ich bin ja gleich da, ich bin ja, guck her, klop, da bin ich schon. Sieh, so, hallo. Oh, nein. Gut, ne? Hehehe.